Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Füller. Heute geht es um den sehr interessanten Schneider Easy. Was der Stift alles so kann, seht ihr gleich im Review. Kommen wir zu einem kleinen Unboxing. Hier habe ich die Verpackung, die mir zugeschickt worden ist von Amazon. Wir haben hier eine M-Feder und wieder das WeCare-Logo. Das heißt, die schreiben Umweltschutz hoch oder groß in dem Fall. Wie kann das sein? Das ist eine Plastikverpackung. Aber man muss sagen, das ist jetzt zwar eine Blisterverpackung, aber die ist total weich. Das heißt, der Kunststoff hier ist nicht dick. Das ist ein ganz dünner Kunststoff. Da sieht man alles ganz gut drin und schön wabbelig. Das heißt, dünn ist zwar, wie soll ich sagen, ist zwar jetzt eine Kunststoffverpackung, aber wenigstens eine dünne und nicht dick. Da hat man wenigstens an Material gespart, was man dann wegschmeißt. Also das ist schon nicht schlecht. So, was ist dabei? Wir haben hier eine Kappe, dann den Füller selbst, ein Tintenkiller und die schon erwähnten Schneider-Patronen in Königsblau, die der Testsieger waren. So, packen wir mal aus. So, das ist die ganze Ausbeute. Patron, Tintenkiller und der Füllfederhalter. So, ich werde jetzt den Füllfederhalter gleich zusammenbauen mit Tinten-Patronen. Also, ich nehme jetzt hier gleich die Schneider-Tinten-Patronen. Und werde dann ein paar Tage damit schreiben und werde dann mal gucken, wie der sich so gibt im Alltag. Hier habe ich wieder die normalen Standard-Tinten-Patronen. Hier steht Schneider auch auf der Standard-Tinten-Patrone drauf, also ist hier aufgeprägt. Sitzt schon mal fest. Der wandert jetzt in meine Aktentasche rein und dann geht es weiter. So, wir sehen uns gleich, wenn ich berichte, wie jetzt der Stift so sich im Alltag geschlagen hat. Bis gleich. Und da sind wir schon wieder zurück. Ich habe jetzt den Schneider-Easy doch ausführlicher getestet, als ich eigentlich machen wollte. Also, das waren jetzt schon vier Monate, die ich den Schneider getestet habe. Ich wollte immer wieder ein Review veröffentlichen, aber es kam immer was dazwischen. Oder, ja, der Schneider, der lag auf Arbeit und ich war zu Hause. Und in Corona-Zeiten war ich nicht so auf dem Büro. Und jetzt habe ich doch den Stift mit nach Hause genommen und möchte euch jetzt berichten von meiner Erfahrung hier für den Schneider-Easy. Ich kann schon mal vorweg gehen, durchaus positiv. Kommen wir hier zu den Äußerlichkeiten. Der Schneider-Easy endet hier in so einer, ja doch, Kunststoffkappe hier am Ende des Schafts. Und die ist dann doch schön abgeflacht, hat keine scharfen Kanten. Ist doch jetzt eher matt gehalten und geht dann auch hier, ja, so dreieckförmig könnte man fast sagen, hier zurück. Und das Ganze geht dann hier in einen Schaft über, der durchaus glänzend ist und hier verschiedene Rumpen als Verzierung hat. Das Ganze ist dann hier bedruckt und man sieht ja auch das Schneider-Logo und Made in Germany, weil er in Deutschland gefertigt worden ist. Und das Ganze geht dann hier auch über in eine Kappe, wo hier dieser Teil von der Kappe auch noch glänzend ist. Genauso wie der Schaft hier geht dann aber auch, um das Designmuster wieder aufzunehmen. Hier von dem Matten-Kunststoff geht hier, also geht hier der glänzende Kunststoff auch wieder über in einen Matten-Kunststoff. Und das ist dann auch hier der Clip. Hier ist dann auch wieder aufgeprägt oder eingeprägt, beziehungsweise, ja, hier ist wieder eingeprägt Germany. Ja, dann sieht man hier auch so eine leichte Kante ist hier drüber. Die ist eigentlich kaum fühlbar, ist wahrscheinlich hier von der Kunststoffform, von der Pressumkehr. Der Clip, der geht, ja, relativ, also der ist, der ist schön beweglich, das ist auf jeden Fall, er sitzt fest. Ich hätte jetzt hier, weil das auch nichts Scharfkantiges dran, den würde ich jetzt auch ohne Bedenken an meine Kleidung heften, ohne, dass ich Angst hätte, dass jetzt hier mein Hemd zum Beispiel kaputt gerubbelt wird oder so, hätte ich jetzt hier keine Probleme mit. Also macht auf jeden Fall einen schönen, durchdachten Eindruck. So, jetzt mache ich den mal auseinander. Und hier kommen wir jetzt zu einem Griffstück. Das Griffstück ist jetzt hier auch matt gehalten und das Griffstück selbst ist ergonomisch. Das heißt, es hat hier drei Griffmulden drin, wo dann die Finger aufgelegt werden können. Also es ist schon wieder wie der Schneider Ray, hat man dann hier wieder so eine schöne Griffposition. Und hier muss ich sagen, bei Schneider, ich weiß nicht, wie sie es immer hinbekommen, aber die Griffmulden sind immer so angeordnet, dass ich sehr leicht den Stift halten kann. Und ja, es ist eigentlich auch eine bequeme Form, wie man den Stift halten kann. Also ich habe sehr gerne mit dem Stift geschrieben. Und die sind hier auch schon ausreichend dimensioniert. Das heißt, ob man jetzt hier oben anfasst oder hier unten, ist ganz gut. Und wie ihr dann vielleicht hier sehen könnt, sind die Griffmulden hier auch so ein bisschen gewölbt. Das heißt, die Senke hier ist tiefer als die Außenkanten. Das hat den Vorteil, dass wenn ich jetzt über die Mitte dieser Griffmulden hinweg komme, dann habe ich hier so einen kleinen Stopper quasi. Das heißt, die Finger, wenn die jetzt nach vorne rutschen würden, dann würden die jetzt hier dran stoppen. Also finde ich ganz gut. Dann ist hier die Feder auch wieder ein wenig weiter weg. Das heißt, wenn ich jetzt hier vorne anfassen würde und würde jetzt hier über die Kante drüber rutschen, dann ist es wie bei dem Pelikan Twist. Hier ist es ein bisschen weiter ausgeprägt. Also wenn man das hier mal vergleicht, da ist der Schutz, dass man jetzt hier die Feder nicht berührt und sich die Finger einsetzt, ist hier ein bisschen größer. Aber man sieht schon, dass da dran gedacht wurde und dass der da ist. Bei dem Twist hatte ich ja für mich die Probleme, dass wir die Griffmulden ausreichend dimensioniert waren. Aber für meine Handstellung fand ich das jetzt nicht so schön. Da finde ich das hier bei dem Schneider ein bisschen schöner. Es wäre jetzt für mich noch schöner, wenn der Stift jetzt einen größeren Durchmesser hätte. Also da nachher komme ich dann noch zu dem Durchmesser von dem Stift. Aber so ist er eigentlich schon ganz gut. Interessant ist auf jeden Fall hier die Feder. Wir sehen dann hier einen Halbkreis um das Luftloch und hier so ein paar schöne Schwünge. Also so eine leichten, man kann schon sagen fast geradlinigen Linien, die dann hier oberhalb des Luftlochs ankommen. Und interessant bei diesem Füller ist, dass hier vorne an der Spitze kein Iridiumpunkt ist, also ein härteres Material, was ich jetzt nicht so schnell abnutzen soll beim Schreiben, sondern hier ist die Feder gefaltet. Wie ihr seht, ihr seht dann auch, wenn ich die jetzt hier so schön drehe, da seht ihr hier oben dann, dass da keine Kugel ist, sondern so eine Art Schlitz. Und da kommt dann auch, ja, da kommt dann die Tinte raus. Die ist dann auch so ein bisschen rund ausgeformt. Und also am Anfang hat er etwas gekratzt, aber es war ziemlich schnell. Nach ein, zwei Seiten habe ich den jetzt hier schon so für mich eingeschrieben, eingeschliffen. Und ja, ich würde sagen, dass der jetzt richtig gut über das Papier fließt. Und ich würde hier sogar, weil das neulich aufkam, ich würde sogar sagen, es erinnert so ein bisschen an der Architektenschliff, also an den Architektenschliff. Der ist dann auch wie so eine Stubfeder, das heißt nur so um 180 Grad gedreht. Eine Stubfeder normalerweise ist waagerecht breit. Genau, waagerecht breit. Und ja, und hier ist es ganz anders. Hier ist waagerecht ist hier, ihr seht, dünn. Das wäre jetzt quasi wie so ein Architektenschliff. Also er macht mit viel Fantasie, sieht man da am Schriftbild auch eine kleine Linienvarianz. Was hier noch ist, also der hat hier sogar in der Kappe gibt es ein Inlay drin, was hier ganz hinten ist. Das seht ihr, es spiegelt sich hier so ein bisschen. Das heißt, wenn ich den Stift hier zusammenstecke, dann dichtet der Raum hier vorne ab. Und das schützt jetzt den Füller, ja, ich würde sagen, vom Austrocknen. Und ich hatte den zum Teil jetzt auch über einen Monat mal auf dem Schreibtisch liegen und habe nicht mitgeschrieben, weil ich, wie gesagt, nicht auf der Arbeit war. Und er hat auch sofort wieder angeschrieben. Also es war gar kein Problem. Dann hatte ich auch noch mal, ich würde sagen, zwei oder drei Monate, da hatte ich den Stift dann auch auf dem Schreibtisch liegen. Da war mir kurzzeitig eingetrocknet, aber ich habe dann die Tintenpatrone, die hier drin ist, habe ich dann hier vorne kurz alles befeuchtet. Und danach hat er auch sofort wieder weitergeschrieben ohne Probleme. Also ist ganz gut. Ich habe mittlerweile auch hier bei dem Füller drei Königsblau-Patronen durchgeschrieben. Also es geht ganz gut und wie gesagt, super handlich und es macht Spaß auch mit dem zu schreiben. Also für die vier Euro, was er kostet, ist das ein Topfüller. So kommen wir hier zum Gewicht. Nur die Kappe hier, die ist relativ leicht, die wiegt sechs Gramm. Der Schaft mit Griffstück zusammen wiegen neun Gramm ohne Patrone. Das Gesamtgewicht ohne Patrone, also hier so zusammengesteckt, sind 15 Gramm. Der Durchmesser der Kappe sind 13,8 Millimeter. Und der Durchmesser des Schafts, also die Dicke hier, sind 11,8 Millimeter. Der Durchmesser des Griffstücks sind 10,9 Millimeter, also hier an der dicksten Stelle gemessen. Kommen wir zu einem kleinen Größenvergleich. Hier habe ich den Schneider Easy, den Parker Jota, den Pelikan Twist. Das ist hier der Lamy Safari. Ne, Quatsch, der Lamy All-Star. Dann der Twispy Eco und der Pelikan M805. Das Ganze nochmal ohne Kappe. Hier haben wir den Schneider Easy, den Parker Jota, den Pelikan Twist, Lamy All-Star, den Twispy Eco und den Pelikan M805. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie schreibt denn so ein Schneider Easy? Und das filmen wir jetzt einfach mal heraus. Wie ihr seht, der gleitet hier sehr schön übers Papier. Wir haben hier Brunnen. Student Und das sind hier 70 Gramm pro Quadratmeter. Machen wir hier ein paar Übungen, also wie jetzt die Strichvarianz ist. Ein paar Diagonale, ein paar Querstriche und ein paar Längsstriche. Und noch ein paar Achten dazu. Also auch wenn ich ein bisschen aufdrücke und versuche hier zu flexen, da passiert irgendwie nicht viel. Also eigentlich flext er gar nicht. Ist auch nicht so schlimm. Also man kann sehr gut schreiben. Also ihr habt es vielleicht schon gehört, wenn er über das Papier schreibt. Ihr habt da so ein leichtes Feedback. Also er macht, also man merkt, dass man schreibt. Also er gleitet jetzt nicht butterweich übers Papier, aber er gleitet trotzdem weich übers Papier. Und ich habe jetzt schon in Besprechung damit geschrieben. Und ich muss sagen, man kann doch recht angenehm und viel damit schreiben. Und zwar kommen wir zum Fazit. Das ganze, also das ganze Paket, das kriegt man für vier bis fünf Euro zu kaufen. Und dafür ist es ein absolut hervorragender Füller. Also man kann nichts drauf irgendwie aussetzen. Also für vier Euro kriegt man ein fantastisches Gesamtpaket. Der Füller, der liegt gut in der Hand. Also ich möchte sagen, hier vorne, ich stehe immer hier vorne drauf. Er kippt nicht nach hinten. Also er liegt hier schön vorne auf dem Zeigefinger auf. Er ist der Mittelfinger. Und man kann die Kappe auch aufstecken, wenn man möchte. Dann ist natürlich, naja, ihr seht, ist hier über der Hälfte hier vom Gewicht her. Also er zieht schon leicht nach hinten. Das ist nicht gegeben, wenn ich den jetzt hier abkäppe. Also, aber er zieht nicht zu doll nach hinten. Das ist ja auch toll an dem Füller, dass sie ungefähr in der Waage ist. Also jetzt, wenn man aufgekäppt hat und man kann sehr gut damit auch schreiben, weil die Kappe, wie gesagt, auch nicht so schwer ist, dann funktioniert das auch noch sehr, sehr gut. Und man braucht nicht zu viel Druck jetzt hier aufzugeben. Ihr seht, wenn ich jetzt hier so ein bisschen kippe, dann liegt er auf jeden Fall schon auf dem Mittelfinger auf. Also das ist ganz gut. Und ich schreibe immer angekäppt. Dafür ist er auch für so eine normal große Hand, ist er auch komplett ausreichend. Und hier durch die großen Griffen, wie gesagt, kann man wunderbar mit schreiben. Also, ich habe den jetzt auch immer in einer Tasche von mir mit dabei, in meinem Arbeitsrucksack. Und da habe ich jetzt auch nicht so große Bedenken, wenn ich den jetzt einfach mal in die Tasche reinschmeiße. Da passiert dem Füller höchstens, dass er hier ein paar Kratzer, er hat auch schon so Mikrokratzer drauf. Aber, naja, es ist halt ein Füller, der im Set 4, 5 Euro kostet. Also, es ist zwar schade um den Füller, wenn er einen Kratzer abkriegt, aber es ist nicht ganz so schlimm, als wenn ich jetzt einen teureren Füller, der Kratzer bekommt. Aber es ist ein sehr, sehr schönes und preiswertes Schreibgerät. Made in Germany. Das muss man hier immer noch betonen, dass man für 4 bis 5 Euro im Set hier ein Schreibgerät aus Deutschland bekommt. Was auch noch ein ökologisches Ziel damit verbindet. Also, alles wie Verpackung und alles ist. Das habe ich ja anfangs schon erwähnt. Also, ich kann den Schneider, finde ich jetzt nichts, was da jetzt irgendwie gegen den sprechen wird. Also, Preis-Leistung ist hier bei dem Füller einsame Spitze. Kann ich einfach nur empfehlen. Ich habe das Ganze jetzt hier bei Amazon gekauft, aber ich habe den jetzt auch schon entdeckt. Den gibt es auch lokal. Schaut doch einfach mal beim Händler vor Ort. Da kriegt er den auch. Da könnt ihr vielleicht auch mal den Test schreiben. Also, von mir gibt es eine glatte Empfehlung. Noch besser finde ich nur den Schneider Ray. Den habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Der sieht ein bisschen wertiger aus und liegt noch ein bisschen besser in der Hand. Aber mit dem hier würde auf jeden Fall nichts falsch machen. Kann man jetzt auch im jugendlichen Heranwachsenden schenken zum Schreiben. Also, einsame Spitze das Schreibgerät. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Wenn ihr noch ein paar Fragen zu dem Füller habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich versuche euch das zu beantworten. Und wir sehen uns beim nächsten Review wieder oder hören. Dann macht's gut. Alles Liebe. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Bye.